hallo ihr lieben und willkommen zur neuen mayawelle ja die neue mayawelle vom 23 7 bis zum 4 8 sie klopft schon eine ganze zeit bei uns an und sie möchte sich jetzt wirklich auch zeigen wo gehen wir hin in welche welle wir gehen in die welle kimmy der weiße welten überbrücker und ja diese welle hat es in sich denn in der maya sprache ist diese welle gleichzeitig verbunden mit dem tod aber auch mit dem themen eben sich zu befreien zu vergeben demut sich zu offenbaren all das gehört in dieser welle dazu wir haben in dieser welle drei portal tage wir haben einen neumond also interessante energien die auf uns zukommen was sind die themen was verbindest du mit tod bei tod haben wir alle immer eines vor augen das ist verlust dass wir hier mit dabei haben doch wenn wir den tod anschauen ist dass eine energie die nicht unbedingt immer nur mit tod zu tun hat denn gerade der tod ist etwas wo auch wichtig ist wo dazugehört dass veränderung geschehen darf veränderung die uns manchmal nicht immer gefällt manchmal aber wichtig ist dass wir eben dabei sind auch etwas altes zu überbrücken das was hier ganz besonders am mitschwingen ist das ist einfach auch die energie dass wir uns lösen ohne zu wissen was kommt danach wenn wir da ins naturreich schauen sehen wir das ganz besonders bei den bäumen das ist immer mein lieblings beispiel denn die bäume die halten nicht ewig an ihren blättern fest die lassen los die lassen im herbst die blätter los ohne dass sie wissen was kommt im neuen jahr nach im nächsten jahr das ist vertrauen jetzt könnte man natürlich auch sagen okay wir menschen sind da anders nein wir sind nicht anders sondern für uns ist es dass wir wirklich erkennen können wir dürfen loslassen manche dinge einfach hinter uns lassen um in eine wandlung um in neues zu gehen um in veränderung zu gehen und dieses neue dieses veränderte das hat dann damit zu tun dass wir selber schauen was ist denn gerade in unserem leben los du kannst das jetzt auch vergleichen wie wenn du selber wie bei einem großen unternehmen der unternehmensberater bist der jetzt in dein leben kommt aber du bist selber ja in deinem leben das heißt du darfst jetzt wirklich gucken okay analyse was ist in meinem leben was ist gut in meinem leben und was eben nicht wo passieren dinge wo sind vielleicht rollen vergeben die wir gar nicht haben wollen vielleicht wurdest du in eine rolle geschoben wo du sagst das bin ich doch gar nicht das bin ich nicht und du möchtest das gerade rücken all das das ist so wichtig es ist aber auch wichtig sich manchmal von alten zu lösen genau aus dem grund weil es vertraut war weil es bewährt war damit man eben genau in die neue dimension gehen kann in die veränderte energie und da tatsächlich mit ganz anderer neuer kraft und energie hervorkommt dann manchmal weiß man gar nicht zu was man in der lage ist weil man es einfach nie probiert hat und das ist die energie die hier mit schwingt was hier natürlich auch passiert ist natürlich klar alt eingelaufene schuhe auch das kennen wir alle die sind bequem da läuft sich einfacher wie endlich mal die neuen schuhe anzuziehen und vielleicht drücken die noch an der einen ecke aber zu wissen okay da muss ich jetzt mal durch und dann zu schauen was passiert dann um dann vielleicht neue lieblings schuhe zu haben die bald auch diese alt eingetretenen latschen ersetzen aber eben neu anders und das ist so wichtig also es geht auf zu neuen ufern es passiert neues und so diese alten dinge diese alten programme die auch immer wieder hochkommen die hat die klopfen natürlich an die vollen gesehen werden warum auch immer warum fragte ich das mal warum klopfen die an und wollen gesehen werden also analysiert dass man wie gesagt sei der unternehmensberater in deinem eigenen leben und gucke was ist so wichtig und was nicht und da gehören natürlich auch alte ketten dazu alte fesseln und sicherheiten glaubensmuster all das denn klar wenn du dich wandelst wenn du in diese veränderung gehst dann passieren auch neue dinge deine innere balance auch die ist ganz wichtig vielleicht warst du in letzter zeit gar nicht mehr in deiner inneren balance und hast gar nicht mehr die zeit für die innere balance gehabt aber du bist jetzt hingeführt dass du eben da genau wieder hin kommst dass deine balance eben wieder sich ausrichten darf und vielleicht wie die innere balance auch sich verschieben was bedeutet innere balance für jeden von uns etwas anderes der eine hat seine innere balance wenn dinge laufen normal und dann ist das ausgeglichen ein anderer braucht vielleicht action dann wieder ruhe um auch da seine ausgeglichenheit zu finden und jetzt kommt ja der wandel da auch noch mit rein also die innere balance wird anders sein die kann sich verschieben wenn du zum beispiel so eine kleine party maus warst die immer wieder unterwegs ist und rot zwischendurch aber momente für sich allein hat und auf einmal merkst du moment irgendwie dieses party machen ist nicht mehr so meins da verändert sich was ich brauche viel mehr viel mehr zeit für mich dann ist das normal da da ist etwas gewandelt da ist etwas alltäglich ist das jetzt für dich etwas neues herein holt vielleicht dass du früher auch immer gedacht bohr menschen die handarbeit machen haben die nichts anderes zu tun die sitzen daheim vor sich wursteln vor sich hin und auf einmal merkst du moment mal da zieht es mich auch gerade hin dann ist das so dann ist da ein wandel geschehen das ist so ein kleiner alltagstod den du gerade stirbst und gerade diese alltagstode die sind eben jetzt ganz besonders weil wir eben erkennen dass so viele 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 kleine dinge passieren und viele 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 kleine dinge verändern eben auch etwas größeres auch da gilt es etwas genauer hinzuschauen zu erkennen wow da passiert etwas und das was da passiert hat eben mit dir zu tun mit chemie welten überbrücke du wandelst du bist in der wandlung also eine neue ausrichtung findet statt du gehst eben dahin wo es mit dir in resonanz schwingt du gehst dahin wo du dich wohlfühlst und wichtig ist auch dass du deine ängste anschaust weil deine ängste die klopfen natürlich auch an und hey nimm dein inneres kind einfach öfter mal in den arm weil dein inneres kind das denkt sich natürlich auch sein teil und möchte hier sehen was hier geschieht du darfst freilassen du darfst loslassen und du verbrennst wie der phoenix in der asche um noch schöner noch strahlender wieder aufzusteigen und das ist es was hier bei dir geschehen darf also eine ganz ganz spannende interessante energie die hier am geschehen ist und wir werden ja so langsam vorbereitet wer mein posting noch nicht gesehen hat mit dem portal tagen und zentrums tage sollte da noch mal hinschauen denn die portal und zentrums tage die auf uns zukommen die sind ja dann im september und oktober wir haben zehn portal tage am stück dann kommen die 20 zentrums tage und dann noch mal zehn tage am stück und das alles september oktober das ist der übliche kreislauf vom zeugchen da gehen wir so langsam in die mitte und ja ihr wisst aus der vergangenheit dass ich da auch immer besondere readings macht die ich nur in diesen portal tagen macht das habe ich auch mit gepostet also schaut auch auf der homepage vorbei der karmische rad ist dabei und dann noch ein zweites reading die stufen der einweihung wo eben genauer hingeschaut wird ich werde das aber noch mal posten weil das wirklich ja spannende zeiten sind auch spannende readings und in der regel immer viele informationen mitgebracht haben für diejenigen die das gebucht haben es ist nur eine begrenzte auswahl das heißt begrenzte auswahl begrenzte menge einfach weil die kapazität mehr nicht hergeben kann in dieser zeit so ihr leben jetzt aber jetzt schauen wir was bedeutet das individuell für dich wir haben den ersten den zweiten und den dritten stapel wir gucken uns alles an vielleicht hatte ich ein stapel schon wirklich besprungen regelrecht und was das für dich jetzt bedeutet wir starten mit dem ersten stapel und da wollen wir uns anschauen was darf bei dir in die heilung gehen was darf hier in die wandlung gehen was darf wie der phönix in der asche verbrennen um eben sich neu zu zeigen und da geht es bei dir los mit dieser karte und da haben wir eine karte die sagt es geht darum dass du dein herz nicht versperrst wo ist dein herz noch zu und das ist manchmal viele dinge kleine dinge mehrere dinge wo man auf den ersten moment so gar nicht erkennt also schau in dieser welle mal ganz besonders wo du dein herz versperrst dieses herz versperren und wieder aufsperren viele 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 punkte kann es da geben vielleicht hast du dich einigen menschen verschlossen vielleicht dir selber verschlossen vielleicht um etwas nicht mehr sehen zu wollen all das das möchte jetzt angeschaut werden das möchte jetzt in die heilung gehen das wird bei dir ich denke mal ganz massiv ankitzeln das ist auch etwas und da möchte ich die karte noch mal holen denn wenn ich auf dieses bild so schaue das hat für mich auch immer etwas vom trojanischen pferd und wer die geschichte des trojanischen pferdes kennt weiß ja dass auch so mit list da so gehandelt wurde vielleicht hast du auch das gefühl dass irgendwo jemand mit einer list arbeitet und du denkst wow was will der oder die mir tun aber manchmal brauchen wir das dass jemand anders eben vielleicht mit ein paar nicht ganz so fairen mitteln arbeitet damit wir etwas erkennen das heißt nicht dass uns jemand anlügen soll um gottes willen sondern es geht hier darum dass man manchmal so ein bisschen zu seinem glück genötigt werden muss und das zeigt es hier eben in großen schritten also dass hier auch etwas am geschehen ist wo du zu deinem glück genötigt wirst deswegen auch ein bisschen diese list aber diese list wie das trojanische pferd das muss ja nicht wie in troja ausgehen sondern da geht es eben um deine herzöffnung und ich möchte es eigentlich ersetzen denn das wort list hat immer etwas negatives sondern jemand ich sag mal der erfinderisch ist so hört es sich besser an erfinderisch ist dein herz zu öffnen und ja jemand der erfinderisch ist der hat sich natürlich gedanken gemacht der hat sich gedanken gemacht was tut dir gut der hat sich gedanken gemacht warum eben genau bei dir jetzt das herz geöffnet werden soll also achte da wirklich mal drauf wo da jemand so ein bisschen den hebel ansetzt und vielleicht erkennst du es auch erst im nachhinein und hast du ein bisschen einen schmunzelfaktor dabei da darf etwas schönes geschehen denn wir sehen hier auch noch habe wirklich auch vertrauen in den prozess das ist nichts angst machendes sondern das ist wirklich eine energie die sagt hey es darf vorwärts gehen für dich es darf etwas besonderes geschehen und dieses besondere hat eben mit dir selbst zu tun und das ist gut so was bei dir noch dazu kommt in dieser maya welle und auch das ist eine sehr sehr schöne energie wir haben hier die mahatma energie die bei dir dabei ist und die mahatma energie das ist christus buddha licht und schau mal wir haben hier ja schon die passende figur mit dabei da geht es um die zwölf strahlen des lichts die hier mit dabei sind und das siehst du hier unten auch ganz schön also das bedeutet für dich dass du auf unterschiedlichste wege auch angestrahlt wirst und dieses auf unterschiedlichen wegen angestrahlt da kommen wir wieder bei dem da ist jemand erfinderisch aber auch die energie ist erfinderisch einfach um dir etwas gutes zu tun um eben für dich etwas geschehen zu lassen was dir gut tut und das ist doch wirklich wirklich schön und dann wenn es soweit ist dann kommt auch atlantis ins spiel und atlantis sagt ihr es geht um eine wonne die bei dir dabei ist also wieder eine freude die sich da entfachen darf und das an sich ist doch schon mal ja sehr sehr schön ich kann mich da nur wiederholen weil es einfach ja für dich ganz positive dinge bedeutet wenn wir weiter schauen was möchte atlantis dir sagen das sehen wir auch dass hier für dich die seelenkarte der klarheit kommt und diese karte sie ja sie hat in sich so zwei sterne die sich vereinigen das deutet schon ein bisschen auf partnerschaft hin aber es hat auch etwas von einem kompass also das bauchgefühl und die innere klarheit die hier zum vorschein kommt all das und diese richtung die du jetzt einschlägst die hat auch mit erklärung des geistes zu tun also es ist für dich etwas sehr positives das hier vorwärts geht hier werden aber auch natürlich probleme angekitzelt bei dir die wo du dir gedanken machst wo du wirklich an den punkt kommst okay was passiert da das ist aber manchmal wenn man den kopf einfach zu voll hat zu viele 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 dinge hört und das kann in alle richtungen gehen alleine und das ist ein ganz blödes beispiel aber das ist das da habe ich gerade heute mit meinem mann darüber diskutiert dass man eigentlich gar keine nachrichten mehr hören darf weil es ist ein runtergeleier dass man es einfach nicht mehr hören mag aber man möchte ja doch schon auch wissen was passiert irgendwo und ich glaube da ist ganz wichtig zu erkennen okay was möchte ich wirklich hören was ziehe ich bewusst heraus und was eben schalte ich ab weil es ein runtergeleier ist oder weil es einfach ein überrennen an informationen ist was mir vielleicht selber gar nicht gut tut und diese klarheit die wird eben ganz klar kommen wichtig ist und da weisen sich die atlanta hin trinke viel viel wasser für die klarheit für den lebensfluss damit dein kopf auch geklärt wird vielleicht bist du auch an dem punkt dass dich viel körperlich reinigst also all das das fließt hier mit ein das ist hier besonders in dieser energie mit dabei wir haben aber noch eine zweite seelenkarte und das passt perfekt bei dir denn wir haben hier noch die seelenvereinigung und wenn ich jetzt die seelenvereinigung hier noch mit dieser klarheit dazu nehme plus das was wir hier schon gesehen haben also deutet viel auf liebe hin sich bewusst zu werden vielleicht ist dir jemand begegnet der im ersten moment nicht der prinz charming typ war sondern anders und du machst die gedanken und sorgen aber eben derjenige ist erfinderisch und weiß dich gefühlt zu knacken das ist natürlich okay wo man sagt wow was passiert da das ist so geblitzt dingst aber es ist auch ganz wichtig denn gerade mit der seelenvereinigung wird auf dich jemand zukommen der tatsächlich besonders ist der dir geschickt wurde der dich weiterbringen das kann liebes sein das kann aber auch wirklich ein seelenpartner sein der aus der seelenfamilie kommt der dir jetzt so den letzten anschubser gibt dass du dich entsprechend entwickelt dass du entsprechend vorwärts gehst damit du nicht stehen bleibst und auch das ist manchmal ganz ganz wichtig also alles ist hier möglich von avalon bekommst du die botschaft möge dein weg friedvoll sein also friedvolle wege das heißt natürlich auch du gehst deinen weg wir hatten hier eine lichtvolle energie du darfst diesen lichtvollen weg gehen du musst ihn nicht ängstlich gehen sondern habe vertrauen das haben wir ja gesehen und entsprechend darfst du diesen weg gehen es ist dein weg es ist dein wandel deine veränderung wir schauen jetzt was kommt auf dich zu und da sehen wir ja da kommt der neu anfang das ist so der sprung über etwas neues in diese veränderung und das ist ja genau das in der meyerwelle der tod der wandel die veränderung und das kommt auf dich zu wir sehen auch die reife frau das kannst du selber sein und das kann aber auch dein gegenüber sein je nachdem wir sind ja bei einem übergreifenden reading das heißt tatsächlich vielleicht bist du eine reife frau die in die veränderung geht vielleicht bist du ein mann der einer reifen frau begegnet die dich in die veränderung bringt also alles ist möglich oder eben einfach ein seelenpartner aus der seelenfamilie der dich ein stück des weges begleitet und da haben wir schon deinen lebensweg deine lebensreise also wo es eben für dich hingeht und ja du wirst hier angekitzelt die richtige entscheidung zu treffen den richtigen weg einzuschlagen und das ist doch schon mal eine ganz ganz wunderbare botschaft und aussicht für diese meyerwelle alle die den zweiten stapel gewählt haben bei dir schauen wir ja was darf in die heilung gehen du darfst ängste loslassen das ist gleich die allererste information ängste loslassen das kann in alle richtungen gehen wenn du in die weltgeschichte schaust das kann die angst machen beziehungsthemen können die angst man arbeitsthemen können die angst man egal was es ist was hier angst in dir hervor holt manchmal ist es ganz wichtig diese angst zu erforschen wirklich zu sehen woher kommt diese angst was war die ursache warum ich diese angst habe und dann ist immer noch mal ganz wichtig zu sagen okay wann habe ich diese erfahrung gemacht und vielleicht kennst du den jäger code schon den biete ich ja auch an da kann man wirklich gucken wo hat dein bewusstsein eine erfahrung gemacht die genau mit so etwas zu tun hat du hast vielleicht als achtjähriger eine erfahrung gemacht oder als achtjähriger du hast gemerkt wow da ist etwas das hat angst in mir ausgelöst da ist der knackpunkt und dieser knackpunkt der ist die erfahrung einer achtjährigen heute bist du vielleicht und ich nenne jetzt einfach mal eine zahl 45 und da ist ein anteil in dir der achtjährig geblieben ist der die der die angst einer achtjährigen hat jetzt geht es darum zu gucken diesen teil auf zu klären in dir zu sagen hey moment mal ich bin keine acht mehr ich bin jetzt 45 ich stehe mitten im leben ich brauche diese angst nicht mehr die war zu diesem zeitpunkt gerechtfertigt aber jetzt ist sie nicht mehr gerechtfertigt und das möchte bei dir in die heilung gehen also eine ganz besondere energie die hier zum vorschein kommt aber nicht nur das denn was noch in heilung gehen möchte dass es auch die sexualität die hier bei dir ist wenn man das jetzt miteinander verbindet was kann das alles sein und ich möchte dazu sagen wir sind trotzdem bei einem übergreifenden reading auch wenn das sein eigener stapel ist da kann jetzt alles mit ängsten in verbindung von sexualität dabei sein vielleicht bist du gleichgeschlechtlich verliebt hast bisher aber anders gelebt und hast angst dieses gleichgeschlechtliche auszuleben das wäre jetzt etwas ganz ganz typisches was hier hereinfällt egal welche form ich habe jetzt einfach mal eine rausgepickt dich dieser angst zu stellen zu wissen okay hier ist ein knackpunkt der möchte jetzt angeschaut werden da möchte veränderung rein ich möchte auch noch ein anderes beispiel dazu nehmen denn was sind denn die ängste alles was mit sexualität zu tun hat vielleicht hast du von deinen eltern gehört man geht ins schlafzimmer man macht den rollo runter licht aus und dann hat man sexualität mit seinem partner vielleicht lebst du das auch so und vielleicht hast du dann auf einmal gemerkt moment mal da gibt es auch andere dinge das ist so ein bisschen angst vor dem eigenen körper auch all das das spielt hier mit rein ich bin jetzt einfach mal hier verschiedene beispiele raus und da geht es darum du brauchst keine angst mehr haben diese angst darf in die heilung gehen du darfst jetzt ausleben ausleben das was hier so wichtig ist und gerade diese welle hat gerade eine besondere energie zum beispiel ein outing zu sagen ja ich liebe gleichgeschlechtlich vielleicht auch deinem partner zu sagen hey moment mal ich möchte bitte den rollo heroben haben licht an das ist klar das ist überwindung aber das ist so eine energie die hier mitschwingt und du darfst dich dieser angst stellen du hast hier die beste energie die man für so etwas haben kann denn wenn wir auch auf die aufstiegs energie schauen da bekommen wir hier den sirius der ist hier an deiner seite und der sirius der sagt dir du darfst dich jetzt deinem deiner höheren weisheit vom sirius öffnen du bist gut wie du bist und das was zu dir gehört ist eben ein teil von dir und ja es gab sicherlich menschen die dir vielleicht aus gewissen gründen etwas anderes eingeflößt haben an informationen aber ich denke bei dir darf jetzt ganz ganz viel weisheit ankommen dass du gut so bist wie du bist auch mit all deinen wünschen mit all deinem verlangen das in dir ist und da darfst du eben jetzt etwas genauer hingehen die atlanta atlantis hat botschaften für dich und da sehen wir auch da kommt eine energie aus atlantis die sagt du hast jetzt wie eine art versicherung wenn du dich fragst versicherung ja manchmal ist es wirklich gut versicherungen zu haben und da kann glaube ich gerade ich ein ein großes lied von singen wie gut es ist eine gute versicherung zu haben also die die lange meinem kanal folgen wissen ja mit unserer riesen baustelle die gott sei dank ich sag mal zu 95 prozent hinter uns liegt jetzt hast du ja aus atlantis die karte versicherung wenn du dich jetzt fragst okay was sicher denn atlantis bei mir ab eine alte energie ein altes wissen du hast jetzt hier sirius atlantis energie die dich begleitet die dich vorwärts bringt die einfach zeigt es darf jetzt etwas besonderes passieren und da möchte ich schon die nächste atlantis karte dazu holen weil die das einfach besser erklärt da haben wir das energiezentrum wir haben den ersten erdenstern terranus das heißt du stehst mit beiden beinen mitten im leben und das ist deine absicherung deine absicherung sagt dir du bist bereit für eine neue energie du stehst aber trotzdem mit beiden beinen am boden du bist gerade dabei in eine transformation in eine wandlung zu gehen aber diese wandlung es es hält dich alles also du bist versichert du bist abgesichert und ja du bist dabei in dieser energie zu sein und nutze auch diese energie also bleibe wirklich mit beiden beinen mal bewusst barfüßig am boden stehen und lass all die energie energie von mutter erde in dich ziehen aber gib auch mal energie ab ich muss immer an meine yoga lehrerin denken die immer sagt wir geben die energie die wir nicht haben wollen ab ist immer ganz ganz toll und auch das ist das bei dir du darfst dich reinigen energie aufnehmen die zu dir kommen darf und du darfst dich stärken wir schauen nach avalon was möchte avalon dir sagen und avalon sagt dir da kommt der stein kreis avalon sagte ganz klar ware die grenzen die grenzen ja also wir haben ja hier du bist gut wie du bist da geht es aber um einerseits um dinge die vielleicht gewisse grenzen überschreiten die nicht gut sind aber ich glaube nicht dass der kreis der persone hier tatsächlich auch dieses reading vielleicht anhört dass es eher um die geht die er so eine art outing haben und die grenzen die wir hier haben ware wie grenzen was bedeutet dass das bedeutet natürlich auch deine eigenen grenzen wie weit gehst du wie weit sind vielleicht personen die die nahe stehen bereit gewisse dinge mit zu tragen mit zu wandeln all das ist hiermit gemeint und diese wandlung zeigt einfach wahre grenzen von dir aber auch von anderen was sind dafür beispiele meine es gibt natürlich dinge wo ich sage okay da tun sich manche menschen schwerer ich meine wenn wir jetzt eine hundertjährige oma haben die kann ganz modern sein vielleicht aber auch hat die ein ganz ganz altes weltbild eine hundertjährige oma mit einem alten weltbild die hätte jetzt natürlich mit so einem outing echt probleme wo man sich vielleicht überlegen kann okay will ich das demjenigen noch zumuten oder mache ich mein outing oder die dinge die ich jetzt tun möchte die hier gerade in die wandlung gehen so dass ich vielleicht auch einen anderen nicht verletze weil klar eine hundertjährige die kommt aus einer ganz anderen zeitlinie und das ist es was hier einfach so wichtig ist zu wissen okay das sind grenzen für mich das sind grenzen für andere und das ist ein wichtiger punkt was kommt auf dich zu und da sehen wir auch dass die kommunikation extrem wichtig ist also viel in die kommunikation zu gehen aber wir sehen auch dass es so wichtig ist dass du in deine kraft kommst deine kraft in deine power die hier eben ganz besonders für dich ist was kommt noch dazu besondere einflüsse und falls du es noch nicht gesehen hast würde ich jetzt gerade dir wenn du diesen stapel gewählt hast auch empfehlen das besondere reading dass ich gestern veröffentlicht habe was was beeinflusst dich gerade woher kommt diese energie anzuschauen weil hier bei dir eben ganz besondere einflüsse sind und da kannst du aus diesem reading noch einiges mehr herausziehen das einfach auch wichtig ist für deine persönliche entwicklung für den weg den du entsprechend vorwärts gehst alle die den dritten stapel gewählt haben was darf bei dir in die heilung gehen ja bei dir geht es los tatsächlich damit grenzen zu setzen grenzen zu setzen ich muss gerade ein bisschen an stapel 2 denken also falls du auch den impuls hat das stapel 2 dann solltest du den vielleicht auch noch mal anhören dass da auch noch ein paar impulse für dich mit dabei sind wichtig ist aber was kommt jetzt hier bei dir ist darf in heilung gehen dass du grenzen setzen also grenzen setzen wo rennt jemand permanent über deine grenzen und jetzt erinnere dich es gibt viele viele dinge im alltag wo das geschehen darf das sind manchmal kleine grenzen manchmal große grenzen und wo beginnt das das kann vielleicht sein dass jemand etwas tut das so nicht irgendwo dir gut tut jetzt gilt es das zu analysieren was könnte das sein da kann jemand sein der dauernd über den kopf hinweg bestimmt jetzt ist natürlich zu gucken wenn du ein fünfjähriges kind bist und sagt meine mama bestimme dauernd über mich ja okay aber ich glaube fünfjährige kinder hören hier nicht so oder vielleicht mit euch zu aber wenn du jetzt natürlich eine 30 jährige frau bist und deine mama bestimmt immer noch über dein leben dann wird es allerhöchste zeit grenzen zu setzen es geht hier wirklich darum und da hole ich schon die zweite karte sage was du denkst wichtig ist beim sagen was du denkst und grenzen setzen und ich glaube das ist ein ganz ganz wichtiger punkt dieser punkt ist der dass du für dich einstehst aber gleichzeitig auch andere nicht verletzt weil du kannst ja dann da auch in grenzen oder grenzen überschreiten die nicht gut sind ich möchte da ganz explizit drauf eingehen denn diese klarheit und wahrheit auszusprechen das ist immer etwas besonderes denn ich kann natürlich zum beispiel meinem nachbarn sagen schneid doch mal bitte deine hecke deine sachen die die wachsen zu mir rüber und das finde ich nicht so schön ist eine klare botschaft kein angriff du kannst dich aber auch hinstellen wüste verwünschungen ihnen an den kopf schmeißen und sagen du bobo da würde jetzt der piepston im fernseh kommen schneid mal deine hecke und beweg dich mal ein bisschen schneller Ja, das wäre natürlich eine Grenze bei dem anderen, wo der sagt, ey, guck mal, die hat doch einen Knall. Also, ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Es geht wirklich um diese Grenzen, wo man andere auch nicht verletzt, wo man auch bei anderen nicht so arg reinrennt. Du könntest zum Beispiel jetzt deinen Nachbarn gerade erwischen, du siehst, der ist im Anzug und möchte gerade fort, vielleicht auf eine Hochzeit, ist gut angezogen. Und da sagst, hey, Freundchen, schneid jetzt mal die Hecke da, weil jetzt muss das weg. Das ist natürlich ganz massiver Eingriff und um so etwas geht es hier eben nicht in der Form dieses Massiv schon für dich einstehen. Und da ein kleines bisschen der Diplomat zu sein, zu sagen, okay, ja, es geht aber auch nicht darum, dass du hier, und das ist auch ganz wichtig, Diplomat, ja, aber auch nicht so duckmäuserisch, dass du dann sagst, könntest du mal bitte, ne, schon klar sagen, was du willst, aber nicht verletzend. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Grenzen setzen, wenn wir jetzt hier auf die Aufstiegskarten schauen, die hier für dich gekommen ist, dann haben wir hier das lemurische Heilwissen. Und wenn du hier unten das Bild anschaust, guck mal, da ist jemand mit einer Kapuze, der hier durch die Welt läuft. Ich glaube, das ist etwas Entscheidendes, das hier mit dir angezeigt wird. Das ist ein bisschen ein Blick auf dieses Duckmäuserische, dieses Verstecken. Denn Grenzen setzen, du darfst dich zeigen, du darfst dich öffnen. Und gerade auch, und ich glaube, da ist die Körpersprache ganz besonders. Denn wenn vor dir jemand steht, wo die Schultern so eingefallen sind mit piepsicher Stimme, da hat man so das Gefühl, derjenige ist ängstlich. Derjenige, der das ist, der das zeigt, der darf dann sich einfach mal klar machen, okay, Schultern hoch, Schultern raus, gerade Rücken und eine klare Stimme. Und sagen, was du möchtest. Gerade das, nochmal die Körperspannung, Haltung, dem anderen nochmal klarer zu sagen. Das will ich, das ist meine Meinung. Aber eben auch nicht zu verletzen. Also das sind ganz, ganz viele Dinge, die hier mit reinfließen. Und ja, das kann hier eine Gratwanderung werden. Schön ist, dass das lemurische Heilwissen dabei ist, denn das zeigt mir einfach auch, dass hier ganz, ganz viel Heilung mit und bei dir geschehen darf. Wir schauen, was Atlantis dir dazu noch sagt. Und Atlantis sagt dir, ja, Euphorie darf jetzt mit dazu kommen. Also da ist eine Schubkraft dabei und das zeigt hier tatsächlich, dass du jetzt bereit bist, absolut bereit bist, dich zu zeigen, zu zeigen, wer du bist, zu zeigen, was du möchtest, Grenzen zu setzen, eben auch ohne den anderen zu verletzen. Dazu kommt für dich dann auch noch eine Seelenkarte aus Atlantis und die sagt dir, es geht um Empfangen. Und jetzt schau mal, jetzt haben wir hier ganz, ganz viel Lichtenergie, die hier mit dabei ist. Also du darfst Dinge annehmen, die zu dir kommen. Diese Karte, warum kommt sie zu dir? Das hat auch damit zu tun, dass du Empfangen wieder lernen solltest. Manchmal ist es so, dass wir schaffen, schaffen, machen und tun, aber manchmal auch eben gar nicht mehr empfangen können. Und auch das ist hier so etwas, wo du dir vielleicht auch selber Grenzen setzen sollst, sagen, was du möchtest. Denn gerade in Verbindung hiermit kann zum Beispiel auch sein, dass du dich vielleicht sehr aufgeopfert hast und merkst, du kannst jetzt gar nicht mehr. Und dann wirklich einem anderen zu sagen, du, ich habe das auch gern gemacht, aber jetzt kann ich es einfach nicht mehr. Und dann in die Wandlung zu gehen, auch mal Dinge anzunehmen. Und das können ganz, ganz simple Sachen sein. Ein Beispiel, vielleicht bist du 50, hast Kinder und gewisse Dinge, die gehen auf einmal nicht mehr. Die hast du immer alleine gemacht. Vielleicht kämpfst du noch ein bisschen mit dir selber, weil du sagst, hey, ich habe das immer gemacht. Das muss doch gehen. Und merkst du, es geht nicht mehr. Um dann zu sagen, hey, liebe Kinder, ich kann es nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Okay, vielleicht bist du auch älter. Also um Gottes Willen, ich möchte keinem zu nahe treten. Aber einfach hier zu sagen, jetzt darf ich annehmen. Ich darf jetzt auch ernten. Ich darf empfangen. Ich darf annehmen, dass mir jemand hilft. Und das ist hier tatsächlich so wichtig. Manchmal auch tief durchzuatmen, dieses Empfangen einzunehmen. Und dann zu sehen, dass hier dieses Empfangen aber auch gleichzeitig eine Wertschätzung ist. Denn gerade wenn uns die eigenen Kinder etwas helfen, ist das oftmals auch eine Dankbarkeit, etwas zurückgeben wollen. Ich muss da gerade an ein paar Sätze von meinem jüngsten Sohn denken, der vor nicht allzu langer Zeit auch etwas zurückgegeben hat an mich. Wo er gesagt hat, Mama, du hast so viel für mich getan. Und jetzt bist du in einer Situation, wo ich dich mal unterstützen kann, wo ich mal etwas geben kann. Und auch für mich, ich war lange Jahre alleinerziehend, war es ganz ungewohnt, auch da mal etwas anzunehmen, zu empfangen. Und genau das ist der Punkt hier. Also du siehst, da steckt unwahrscheinlich viel dahinter, was hier zum Vorschein kommt. Was wir auch sehen bei dir, und das ist sehr schön, du bist magisch. Du bist magisch, besonders, denn wir haben hier eine Energie, die aus dir strahlt. Also diese Wandlung, die strahlt aus dir heraus. Und gerade wenn du, da möchte ich nochmal auf das Beispiel von meinem Sohn gehen, wenn du dann etwas empfangen hast, wandelt sich etwas. Bei uns war es zum Beispiel so, klar, jede Mama würde wahrscheinlich genauso wie ich, das sind Tränen geflossen. Aber da ist auch eine tiefe, tiefe Freude aus mir herausgekommen. Denn es war zu sehen, dass ich so vieles richtig gemacht habe bei meinem Kind. Dass er ein toller Mann geworden ist, auf den ich unwahrscheinlich stolz bin, der all diese Erziehung angenommen hat und jetzt etwas zurückgibt an mich. Und das war schon toll. Das ist eine ganz, ganz tolle Energie. Im ersten Moment ist es schwierig, aber dann in diese Energie zu gehen und zu sagen, wow, was habe ich da für ein tolles Kind. Und so eine Energie habt ihr hier mit dabei. Also das ist wirklich, wirklich schön. Jetzt wollen wir natürlich auch schauen, was kommt auf dich zu. Das, was auf dich zukommt, das monatliche Geld. Ach ja, das monatliche Geld kann vieles hier bedeuten. Wir schauen auf die nächsten Karten. Da haben wir einen reifen Mann. Und ich möchte auch schon die dritte Karte dazu holen. Und wir haben die Leichtigkeit. Also was bedeutet das hier? Das kann jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Denn wir haben ja auf der einen Seite mit Grenzen setzen gesehen, dass das so wichtig ist und in Heilung gehen kann. Vielleicht hast du tatsächlich mal mit deinem Chef Tacheles geredet und hast gesagt, hey, seit vielen Jahren habe ich keine Gehaltserhöhung, aber ich habe immer alles geleistet. Und das wäre so ein typisches Gehaltsgespräch, wo man sagt, hey, ich bin das wert. Das würde hier sehr gut dazu passen. Das kann auch eine Gehaltserhöhung sein. Muss nicht. Vielleicht ist der Chef auch nicht in der Lage, aber man kann auch anderweitige Vereinbarungen besprechen. Und manchmal sind auch Dinge dabei, die in Veränderung gehen kann und darf. Und da möchte ich auch ein Beispiel nehmen, was hier mit reingehen kann. Ich weiß von jemand, wo es ähnlich war, wo wirklich diejenige sich schwer getan hat, mit dem Chef etwas zu verhandeln. Aber es ging darum, das war eine Gehaltserhöhung, die ihr zugestanden hat. Das Gespräch ist geführt worden und der Chef hat dann eines gemacht. Er hat gesagt, ich weiß das und ich weiß, dass du das Geld verdienst. Ich kann es mir nur gerade nicht leisten aus der Firma und die haben einen ganz, ganz tollen Deal gemacht. Was haben die gemacht? Ganz einfach. Sie hat das gleiche Gehalt weiterbekommen, aber weniger Stunden. Da haben wir die Leichtigkeit. Also war es auch eine Gehaltserhöhung. Für weniger Stunden gleiches Geld. Mehr Freizeit. Und das ist auch etwas, was hier mit reinfließt. Also wirklich, dass man Freude, Euphorie hier mit dabei ist. Das etwas empfangen, annehmen. All das steckt hier darin. Wie gesagt, achte hier auch auf dein persönliches Thema. Das sind Beispiele, die ich hier nenne. Alles ist möglich. Ihr Lieben, ich bin am Ende angekommen. Es wird eine spannende Maya-Welle. Viel, was hier geschehen darf, geschehen wird. Ich schicke euch für heute ganz viel Licht und Liebe. Ein tolles Wochenende und in diesem Sinne Namaste.